Soll ich? Nö. Tschüss. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Ja, hier durch. Öffne. Das geht nicht. Sie ist am Öffnenlicht. Haut ab, Täubchen! Ihr nervt. Haut ab, Täubchen! Ihr nervt, hab ich gesagt. Verrägt. Zwei hab ich schon erledigt. Ist das neu, dass der einen Zähler hat hier? Gegen ihn? Werdet ihr nicht? Oh. Dann müsst ihr aber sterben. Findest du? Nö, find ich nicht. Halt ab, Täubchen! Und? Nächster. Nächster. Oder auch nicht? Ja, komm. Hier drüben, Fremder! Okay. Ich hoffe, dieser Alte weiß, wohin er geht. Wir sind wegen des Herzens der Quälerin hier. Erinnerst du dich? Ja. Äh. Guck mal, noch mehr Gegner. Noch mehr. Die ich abschlachten kann. Und die mir wehtun. Haut ab, Täubchen! Verräg. Das ist mein Gegner. Oh, du Sackgesicht! Schubst du mich da einfach runter? Ach, Scheige, ey. Tja. Komm da gar nicht ran. Tschüss. Okay. Ach ja, der macht das ja auf, ne? Danke. Sehr schön. Komm, bewegt dich schneller. Wären doch zwei Folgen wahrscheinlich. So wie das aussieht. Ähm. Hups. Falscher Knopf. Brüder, macht euch bereit. Autsch. Hat er eigentlich den Hammer da reingeworfen, oder was? Nein, nicht runterfallen. Autsch. Haut ab, Täubchen! Mach ich immer so. Was ist das für ein Betrug? Kein Betrug. Haut ab, Täubchen! Haben wir eine neue Form von mir, ne? Äh, 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 äh. Meiner. Hä, 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 hä. Okay. Haben wir zurückverwandeln. Was? Worauf wartest du denn noch? Ich komm doch schon. Was willst du denn von mir? Gegner? Gegner? Bist du? Ich bin noch hier. Ich bin noch hier. Ich bin noch hier. Abgeworfen. Abgeworfen. Boah, ey. Komm her. Du musst echt aufpassen. Tschüss. Täubchen. Täubchen. Meiner. Ey, den... Wollte ich auch noch haben. Du bist doof. Hier drüben, Fremder. Na, dann schmeiß mich mal rüber. Guck mal, Energie. Boah, ey. Ihr Säcke nervt. Weg mit dir. Tja. Wenn du meinst. Meine Kissen brauchen eine Füllung. Meine Kissen brauchen eine Füllung. Hier ist doch keiner mehr. Öffne dich. Ey. Da. Ich hab mich schon gewundert. Ja, vergiss das mit deinem Schild. Autsch. Autsch. Es fällt dir ein. Zu spät gedrückt. Toll. Boah, ey. Du Nervensegel. Jetzt. Na, geh doch. Wee. So. Musst da ranwerfen. Bum. Ja. Ja, wie denn? Wow. Weg damit. Wie soll ich denn helfen? Äh. Mich verarschen. Wie soll ich denn da rüberkommen? Autsch. Ist so. Wow. Ist das dein scheiß Ernst? Du Drecksier. Boah. Ich krieg ihn einfach nicht. Jetzt aber. Komm. Boah. Träkiger Penner, ey. Hm. Weg damit. Brauche ich nicht. Okay. Erst mal Leben holen. Ich hoffe mal, dass ich das Ding nicht brauche. Dein Ende ist nah. Mach ich so. Geht einfacher. Tschüss. Du auch noch? Tschüss. So. Brauchen sie? Oh. Ja, ja. Ja. Nein, ist es nicht. Aber hier geht ein auf den Sack, ne? Wir werden nicht nachgeben. Wir werden nicht nachgeben. Bam. Bam. Meine Kissen brauchen eine Füllung. Wir werden nicht nachgeben. Aus dem Weg. Komm, schau und hilf uns hier mal. Boah. Fuck. Wenn du falsch drückst, ey. Dein Ende ist nah. Wir werden nicht nachgeben. Wir werden nicht nachgeben. Hier geht ein ja tierisch auf den Sack, hier. Wir werden nicht nachgeben. Dein Ende ist nah. Oh ja, halt doch die Klappe, ey. Wie viele Gegner habe ich denn hier? Mal bitte verwandeln. Weil ja einer auch voll auf den Sack geht. Sterb. Du auch? Komm her. Oh. Lässt dich auch gewinnen. Ja, ja. Lässt mich auch gewinnen, ist klar. Wow. Tschüss. Wir werden nicht nachgeben. Hier drüben, Fremder. Geht auch kaputt. Liquid Hack. Mann. Meine Fresse, ey. Hier geht einer auch auf den Sack. Ui, ich bin gleich tot. Wenn ich nicht aufpasse. Fuck, ey. Sterb. Und jetzt gib mir Energie. Hedda mit. Meine Fresse, ey. Wow. Fuck. Fuck. Die sind so nervig. Brauchst sie. Die. Dein Ende ist nah. Huioioioioi. Irgendwie nerven die schon. Warte mal. Wie ist da denn hin? Was haben wir denn hier oben? Okay, Seelen. Ihr nervt. Freck. Wah. Oh, fuck. Bin gestorben. Fuck. Och, nö. Nicht schon wieder. Oh. Ehrlich jetzt? Dein scheiß Ernst? Warum lande ich wieder hier? Mann, 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 Mann. Bringst du das Ding endlich in Bewegung? Ja, ja. Ach. Woher die da hin will. Wollte gar nicht so lange machen. Können wir mir mal hier helfen? Aufmachen? Da. Oh, du Penner, ey. Boah, war diese Rüstungsaffen, ey. So, geht doch. Was soll ihr macht das heute? Was das ist? Wir werden nicht nachgeben. Aus dem Weg. Wir werden nicht nachgeben. Boah, ey. Ja, ihr werdet nicht nachgeben. Ich weiß. Jetzt ist aber gut. Boah, diese Ner... Boah, halt doch die Fresse, ey. Sorry, Leute, aber... Das nervt ja gewaltig, ne? Wir werden nicht nachgeben. Wir werden nicht nachgeben. Ihr werdet nicht nachgeben. Gewaltige Nervensegen seid ihr, ey. Uiuiuiui. Boah, ey. Tschüss. Weg mit dir. Okay. Okay. Machen wir mal weiter. Los, mach auf. Mach mir den Weg frei. Los. Bewegung. Meine Kissen brauchen eine Füllung. Und ich brauch... ...ne Öffnung. Dein Ende ist nach. Komm schon, hilf uns hier mal. Kann euch nicht helfen. Wir werden nicht nachgeben. Nein, ich will da nicht runterfallen. Fuck. Boah, ihr seid echt... ...närfähige Mistviecher. Ja, kannst du mir mal aufmachen? Für die Hörnenwache. Meine Fresse, ey. Jetzt kriegst du nochmal auf die Fresse, ey. Bäm, bäm, bäm. Bäm. Sehr schön. Wir sind drüben, Fremder. Ja, dann mach auf. Boah, ey. Nervis. Tschüss. Danke fürs Öffnen. Jo. Ach ja. Boah, seid ihr nervig. Sehr schön. Ja, geil. Nein. Oh, ja. Ist ja gut. Und wieder runtergefallen. War super. Ja. Boah, der hat mir eine Kanone. Der nervt, ne? Der Typ. Mit seinem Rumgeballer. Wir werden nicht nachgeben. Ich hole mir mal die Kiste nochmal. Ich lasse dich auch gewinnen. Ja. Ja. Hau da, Toilette. Hm? 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 Tschüss. Wow. Komm. Verrack wieder. Hm. Hm? 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 hui da kommen ja noch mehr die höllenwache steht bereit erledigt ihn boah ich wollte die eigentlich nicht nehmen weg mit euch tschüss noch mehr noch mehr da reck mach auf komm beweg dich nach hinne na danke oi 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 na komm weiter geht's holy moly macaroni was auch immer nicht hier fällt scheiße aber ja energie jay ja ich weiß dass du da bist aber jo 50 minuten wie war es mit 20 minuten ja naja was soll's jo komm vor du hast gewonnen klare sache wer zählt erfolg erfolg kampflehre diese erweiterung erhöht die geschwindigkeit mit der krieg waffen erfahrung sammelt seine rüsten schiffe wird ebenfalls verstärkt sehr schön ja ich bin doch da da seid die klappe hier bin ich hallo du gehst nirgendwohin reiter du kannst deinem schicksal nicht entkommen abaddon wird gerecht werden ja ja du kannst deinem schicksal nicht entkommen ich komme schon außer puste wenn ich mir nur vorstelle sie zu töten ich setze mich lieber hin und schaue zu wie du es tust bämm 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 einmal verwandeln bitte und jetzt gibts richtig auf die fresse du alte wo ist sie da ist sie ja spring nochmal hoch geschafft könnte sein dass du wirklich der bist der du sagst die täubchen schienen überzeugt zu sein aber ich bin es nicht also noch einmal du kennst mich aber ich kenne dich noch immer nicht die höhle der quälerin die quälerin ist dahinter musste die durchlässe versiegeln um ihre haustierchen von meinem hof fernzuhalten die kleinen bastarde kamen immer ohne einladung haben sich dinge genommen die ihnen nicht gehörten ich bin wer ich zu sein vorgebe bringe diese quälerin um vielleicht schaffst du es auch aus diesem loch heraus das wäre beweis genug dann so verspreche ich werden wir uns unterhalten und jetzt verschwinde von meinem grundstück bevor noch mehr tauben kommen und meinen hof besudeln oh ja aber die quälerin die wir beim nächsten mal machen wie gesagt es ist halt immer noch die erste aufnahme ich wollte eigentlich nur eine folge machen weil um 18 Uhr raus sollen 5 gleich halb 5 und derzeit noch rendern und so mal gucken ob ich das rechtzeitig hinkriege sonst kommen die ein bisschen später aber gut würde ich sagen bis zum nächsten mal bei darksiders 2 äh 1 meine ich 2 3 ok lieber darksiders 1 bis dann tschau tschau